hallo hallo sims wieder zwei behinderte fotos die niemanden interessieren und da ist ein toter und das gehört aufgewischt die interessieren mich tatsächlich schon ja gut dann musst du dich in meinem pc hacken warum habe ich jetzt gerade so eine scheiß framerate das krieg ich leider nicht beantworten gut lassen wir die zeit mal weiterlaufen sagt es ja komm geh weg du scheinst mein framerate zu ficken er geht runter was macht sie um ist die kaffee leiche die sim wurde ermordet er ist tot er ist so tot guck dich all das blut an ja ok das habe ich nicht richtig übersetzen können deswegen habe ich misstrauers verlässt verdächtiger sim reingeschrieben anscheinend gehörte nur verdächtiger sim rein okay irgendwas stimmt nicht mit diesem sinn warum ist sie haja übersetzungs fehler der kam aber nicht von mir der schon falsch einprogrammiert komplett zugekleistert mit blut bezieht sich auf den falschen sim ja sie rennt noch immer freundlich vorstellen autogramm geben der stadtautogramm gibt dem tod ein autogramm von dir ich weiß nicht wie sie da rumwuselt ja super wann ist das eigentlich weg sechs stunden das hält vier stunden ok und das tier wird noch mal vermisst war wo ist sie hin was macht sie da ach so sie macht noch immer da an dem rum ok da war ja was sie gibt jetzt ein autogramm oder auch nicht wütend ok jetzt ist sie nur noch traurig gut das ging schnell gehen auf tier sehr traurig ist weggelaufen kann nicht herbeigerufen er freut sich weil er getötet hat das ist gut dann wirst du das danach einmal auf was ist das hier genau das ist ja tom peeping da brauchen wir eine inschrift ich kann es nicht erwarten dich zu sehen der tod muss los danke dass du dir die zeit genommen hast sehr gut ok die zeit genommen beendet was auch gehen würde ist er wäre er war ein spannender sim das geht natürlich auch ok erstmal weiße beseitigen wo stellen wir das jetzt nur hin ach ich glaube es kommt das wohnzimmer packen wir das hier irgendwo hin so da passt schon glücklich weil getötet hochgefühl ziemlich lecker ok was ist das ja keine ahnung alle ach so irgendwen hat er beim sex erwischt ich nehme mal an sie ja ja wahrscheinlich was machen die da immer noch ja ich glaube immer noch geht doch nicht da rein du kriegst das gelbe gleich noch mal hinterher ja wenn du daran denkst komm dann was das was da gerade weg geht das das also da links von seinen glücklichen dinge mit dem finger steht da leben genommen steht serienmörder ich kann ich kann das auch noch ändern ich kann da leben genommen reinschreiben das ist kein ding ich habe dasselbe übersetzt serienmörder passt doch weniger ja will ich und werde ich attacke entführen kannst du auch machen ja aber ich meine sie ist ja schon entführt sozusagen moment ach so ja ich vergesse immer wieder hier muss ich ja machen attacke so menschen zu attackieren und zwar sie random ich meine wenn er schon daran denkt dann geben wir ihm doch die möglichkeit nun denn du kannst eine fuß arbeits animation machen eine fuß arbeitsanimation warum gucken die sich nur an jetzt da kommt der kampf hat er gerade den kampf verloren oder anscheinend er hat den kampf verloren dann noch mal er war um eine katze hochratas zurück fuß arbeitsanimation klickst du mal weg so schnell ahja jetzt wird der kampf verwickelt wo ist katzi katzi ach katzi kommt da hinten angelaufen okay gut sobald katzi da ist wird katzi begrüßt aber er hat jetzt so an wicket gedacht dass ich ihm eigentlich noch die möglichkeit geben möchte vorher die da zu attackieren aber fußarbeit gibt es auch ja ja da gibt es eine menge arbeit an verschiedenen stellen okay jetzt hat er es geschafft gut okay und sie ist jetzt fertig mit ihr und irgendwo kollabiert ah hier oben ist sie kollabiert auch schon in der guten position wicket ja selbst umbringen ja kann sie ja sie könnte schwanger sein äh der wo ist es denn hier extreme gewalt selbst töten gibt zwei möglichkeiten geh für geld tork mitte ah ja für geld machen wir das doch mal warum machst du das nicht für geld twerken twerke für geld oh sie hat es gecancelt für geld twerken aus zu canceln twerke für geld bitch stellst du ja irgendwas auf den boden oder was macht sie da ich hab keine ahnung ich glaube sie hat versucht zu twerken und hat es nicht geschafft oh er wird bald älter ja jetzt gerade ist noch beschäftigt sie ist traurig aber gut sie ist sag mal okay dann geh halt davor und äh tröstliche umarmung willkommen heißen äh 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 streicheln ja du kannst doch bald schlafen gehen nicht bei denen allerdings das ist nämlich hier ist dein bett bett zu weisen an dich damit du es nochmal weißt äh ist hier ne hier ist alles naja da kannst du zum fressen rufen und dann kannst du bei dir pennen gehen na komm das denkt sie sich bei ihm wahrscheinlich auch gerade ist er gerade älter geworden wieso hat sie ein bild geändert vielleicht verschwinde mal wieder kurz ja das ich nehme an die mod die mods buggen ein wenig ach quatsch ein klein wenig vielleicht ah ok sie ist gerade kollabiert wo ist sie kollabiert da oben fkk level 2 erreicht hat sie jetzt eigentlich schon benutzen kann er sie in dieser stellung benutzen wahrscheinlich würde die stellung an sich leider nichts bringen schade er ist untenrum nackt sie hat sich wieder angezogen aber ist doch klar ich mein nachdem man attackiert wurde denke ich mal hat man spaß daran sich schnell wieder anzuziehen was solltet ihr jetzt eigentlich nochmal machen ich hab keine ahnung überleben glaube ich was warum sitzt sie jetzt da wo ist gazzi gazzi ist aber da reingegangen ok gazzi geht die treppe runter kann deines sims eigentlich auch random von irgendwelchen anderen getötet werden ich glaube nicht das ne geht nicht äh 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 streicheln kannst du die katze auch benutzen ich ne katzen nicht aber das damit könnte ich vielleicht über das sims 4 skript rein fuchteln das weiß ich nicht was soll der streicheln was hast du denn du hast doch Futter da er muss doch schlafen eigentlich oder kennenlernen her was guten tag her katze was machen sie er muss doch schlafen oder nicht nein er muss jetzt erstmal nicht schlafen sondern er muss erstmal herrgott gazzi rennt doch nicht so schnell du hast übrigens nicht gemeint dennis der monst nämlich auch gerade im hintergrund loben fürs wiederkehren ja das ist eine gute idee äh äh warum kann ich bei katzen extreme gewalt anwenden und drugs stalken ach das ist schön ich kann katzen nur stalken das ist in Ordnung drugs okay nur settings ist besser so tierpflege ja ne extreme gewalt du kannst dich hier umbringen ne ne da stand ja nur äh stalken ach so ich hab mir gerade nicht hingeguckt vielleicht sollst du die katze stalken ach da ist ja gleich der nächste hallo 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 äh äh freundlich vorstellen ach so ach so was was ja ich hab die nicht übersetzt ich hab keiner was da das ist ich spreche die sprache nicht nimm das stage 2 stage 2 ist immer gut also diese alte stage 2 bis auf 1 bis auf 1 ja das letzte okay das klingt doch gut gut dann gucken wir doch mal es hat alles andere abgebrochen jumei hauptsache sie kümmert sich um die katze willkommen heißen erworbene katze streicheln übertriebene lags kannst du da jetzt nicht hingehen oder was äh äh kennenlernen äh 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 pfff simstargram tier muss wahrscheinlich mal ein bisschen für geld twerk auf simstargram ja ah ja und dann hier kannst du die ah ja gott meine güte was ist denn mit der frame rate los äh erworbene katze zu fressen rufen das ist ja brutal das geht ja gar nicht kannst du den typen jetzt mal angreifen oder ja nicht jetzt geht sie wieder die frame rate macht der ding irgendwas der äh sagt doch schnell hier die aufnahme hat die auch irgendwie irgendwelche kundierungsprobleme oder sowas oder ne also da seh ich keine zumindest greif ihn doch jetzt an ah jetzt greift ihn doch an ne ist alles gut kannst du geister angreifen oh das lange leben von guter und henriette gaffel er verneigt sich langsam dem ende zu ok what the fuck ist der typ grad versch- achso er hat sich nur her teleportiert ok dann ist ja alles gut nun denn kämpfe twerk hat er gesagt twerk ok hat er gerade zum ort der attacke gehen wicket ich will nicht wicket ich will äh kinky wims ich komm nicht auf kinky wims kinky wims kinky wims ist grad nicht ver- oh achso deswegen ok weil die attacke funktioniert hat ich hab das gefühl der falsche ist hier der ausschlaggebende punkt same ich kann das auch nicht ganz genau bestimmen wenn ich ehrlich bin ich muss glaube ich auch nicht näher bestimmen ich geh da mal immer schneller von weg nicht dass youtube auf ideen kommt ne hä du siehst doch nichts ja man sieht auch nichts aber ich hab trotzdem ein bisschen angesehen dass die meine videos sperren man soll es einfach so einstellen dass es äh dass man alles sieht ja das wäre sehr leicht dann müsste ich nur einen Teil entfernen kannst du nur den geist attackieren das kann ich ja auf jeden fall mal versuchen ähm kinky wims attacke versuchen menschen zu attackieren ja es geht aber ich glaub den muss ich gar nicht attackieren der ist auch so ja kannst du auch einfach so mit dem ja kann ich ok dann mach ich das auch mal weil attacke sorgt dafür dass sie sich weniger mögen zu 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 spruch geben i guess und dann äh gehen wir mal über normal nicht freundlich über normal romantik äh hier das ist nämlich auch mit kinky wims geändert der läuft einfach durch den ding was zum ja der der falsches ausschlaggebend ja ja ich sehe einen weißen pixel der sich immer rüber bewegt ja oh ja und der zeigt an was der falsche ausschlag gibt aber aber ich mein hey ich mein wenn wenn chandier darauf steht dann ich mein wir judgen hier ne sehr achso ja dann nun denn es hat geklappt wie mensch wo geht ihr hin wo die können sich dann nämlich ach da ja klar klar sie hat auf jeden fall ihre virginity verloren das habe ich übrigens übersetzt ja ja doch stimmt das hat sie wahrscheinlich wirklich verloren das habe ich übrigens eigentlich übersetzt gehabt aber ich habe es anscheinend an die falsche stelle gepackt es gibt mehrere male den selben string in h string in diesem mod ha einfach alles übersetzen was du finden hast das wäre zu brutal jetzt auch noch ne die hat sie die hat sie schon vorher gehabt sie hat moment sie hat doch keine vagina dachte ich ja also ganz sicher sind wir uns dann nicht ich mein vielleicht hat sie auch beides was würde ich wissen ok ja er zieht sich jetzt an und haut ab lockere unterhaltung glücklich er mag ihn jetzt sehr viel weniger aber hat er jetzt ein schlechtes ding da in deinem dinger da links unten gefühlen er er ja da bei denen er hat jetzt was negatives ja was denn wahrscheinlich attackiert worden ich sehe da nichts ja äh unserer nicht unserer hat ja attackiert ja aber er wurde doch attackiert hier vom attackieren eines sims ne anscheinend hat er ihn dazu gezwungen dass äh der vampir dom zu sein hat ich mein es ist dann trotzdem noch forst ok er pennt jetzt in allerseelenruhe und er steht weiter draußen rum und keine ahnung ist verstört sie gönnt sich noch immer mit ihm ne sie ist keines fertig fkk level 2 nein du könntest ihm bitte oh guck mal oh jetzt geht er auch duschen oder was ich muss los danke dass du dir die zeit genommen hast ja wir nehmen uns gerne die zeit dich zu vergewaltigen alles gut du könntest randoms nutzen auf der straße einfach tot schlagen das könnte ich durchaus tun ja schön mit dem baseballschläger einen überbraten das müsste sogar dabei sein ja benutzen und das ich weiß das habe ich sogar tatsächlich gesehen dann machen wir doch mal das nochmal das wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger dauern aber hauptsache sie schläft danach haben wir bisher nur eine toilette nein und ist auch eine aber die könnte kaputt sein nein ist sie nicht ich habe keine ahnung warum die toilette nicht benutzt wird von ihr du verwendest diese toilette was ist mit ihm jetzt erschläft oh er muss danach dringend auf toilette quatsch ah sie steht rum ach twerk vergelt twerken das muss ich dann auch noch versuchen bei einem von denen hinzukriegen beim geist hoffentlich und gleich nochmal geht erstmal hoch oh das ist sogar ein äh standard techtel mächtel das scheint wohl auch noch zur verfügung zu stehen ja aha vorher war es ja äh ein anderer satz ja äh etwas das auf jeden fall zensiert werden musste mhm es fängt mit s an und hört mit x auf also das erste wort yes und das zweite wort fängt mit h an und hört mit n auf denkend es Sternchen x das verstehe ich noch haben haben ah ah okay ja ich habe verpeilt dass man haben natürlich auch zensieren kann sie hängen ach das gehört sich sogar what the fuck machen die da drin sehr unwohl was ist der weiße fleck da will ich das wissen ich glaube eher nicht ich glaube wir fragen besser nicht es interessiert mich tatsächlich geh bitte rauf und zeig mir was das ist welcher weiße fleck äh auf ähm auf ähm auf ihre gefühle von der von ihr ach der ja das ist genau das ich habe es das beste mal weggelassen das müssen wir glaube ich nicht lesen können ich konnte gerade noch so genug lesen ja das hat er glaube ich auch gereicht ich habe nicht mal gesehen dass der weiße fleck tatsächlich da dieser weiße fleck ist auch warum hol ich doch nicht da unten was zu essen geh doch jetzt erst einmal duschen duschesingen jetzt hätte er fast mit seinem opfer da geredet und danach nicht wicked im kühlschrank herrgott rest zu nehmen kannst du wicked mit dem kühlschrank machen oder es ist einfach nur rennen dass du immer eine Attacke starten kannst ne das wäre kinky rims wicked ist ja es gibt die möglichkeit dort irgendwie den kühlschrank mit einzubauen ich frage mich weiter nach kannst du bitte weiter nachfragen nicht während des let's plays ich glaube das wird sowas von gesperrt äh weglegen sag mir bitte dass ich aufräumen soll danke das habe ich tatsächlich weglegen ist im kühlschrank legen hm? weglegen ist im kühlschrank ja das ist da oben ist auch nicht ganz fertig ahja verdorbenes essen oder dreckiges geschirr ausräumen mach mal wie immer hängt zins er hat hunger ok er kann doch mal twerken nachdem er mit essen fertig ist ein hamburger hamburger ja sie räumt jetzt alles an Müll was für Katze denn jetzt ist doch alles sauber oder höre ich da nun ne ich höre schon Katze was zum Fick ist mit ihr los? sie hat die Katzenkriebe bekommen anscheinend sie hat tatsächlich die Katzenkriebe anscheinend kurz gekriegt nein trockene Kruste muss ich jetzt nicht weiterlesen und nochmal 5500 nice warum willst du trockene Kruste nicht lesen? ich möchte nicht gesperrt werden und ich habe bei dem Mod ich habe ne Menge Sachen gelesen von denen ich mir sicher bin dass ich die glaube ich nicht in einem YouTube Dingens da zeigen sollte äh doch eigentlich sollst du alles benutzen ja gut das ist natürlich auch ne Option äh gut dann muss wohl jemand kochen nachher ah nicht kochen pardon hamburger hamburger sie ist kollabiert die dumme Forze ey benutzen was ist überhaupt mit ihr los dass die jetzt grad dass ihre Bedürfnisse so brutal gefickt sind äh sie hat ne trockene Kruste ach so ja dann und danach kriegt sie auch noch einen äh Toilettennotfall das heißt danach kann sie dann erstmal schlafen gehen äh mach die ok danach kann sie ne nachdenkliche Dusche nehmen wenn sie fertig ist mit Schlaf hör auf das ganze Zeit zu löschen wisch das auf geh schlafen falsche Reihenfolge Fick dich aber ok dann das ist ne große Pfütze aber ja nachdenklich ja das ich hoffe die geht dann nachher weg weißt du was ich glaube ich nenne ihn so danke bitte dann müsste ich hier vorerst wieder alles gemacht ahja ich muss noch hamburger wieder einreihen so hamburger jetzt müsste alles passen soweit mit ihrer Liste das heißt er kann man begehen ja das kann man da machen aber erst im nächsten Part denn dieser Part ist zeitlich ausgelaufen warum auch immer er ich glaube er mag es sie zu quälen kommt immer mal wieder bei ihr rein aber hey ich mein ist ja seine Sache ich werde nichts dagegen sagen ne ich finde die random Kaffeetasse da gut so mitten im Raum eine random Kaffeetasse wo wo da Tatsache ja die ist schön die nehm ich mit rein ok dann beende ich den Part aber an der Stelle mal hoffe hat euch gefallen und bis zum nächsten Part haut rein Leute tschüss 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 tschüss